Boah, naja, es ist 4.30 Uhr und irgendwie merke ich jetzt so richtig, was abgeht. Ich bin gerade wach geworden. Jetzt ziehe ich mir hier Milch rein, irgendwelche Beulichen und denke immer daran, boah, immer eine Quarzen, schön mal eine Zigarette. Aber nee, so läuft es nicht. Ich sehe jetzt zu, dass ich wieder ins Bett komme und dann hoffe ich, dass ich schlafen kann, weil, boah, ich sehe schon ganz schön fertig aus. Naja gut, bis morgen früh und dann wollen wir mal Berichterstattung machen.